Hallo Freunde, herzlich Willkommen zum 11. Dezember heute schon. Ja, es ist Sonntag. Ich muss gleich wieder los und heute Abend geht es aber nicht ganz so lange, Gott sei Dank. Ja, wir schauen mal. Das 11. Türchen ist dran vom Adventskalender, was drin ist. Das schauen wir uns jetzt an. Ich gehe auf die Suche. Elf. Elf. Elf, wo bist du? Ah, flaches Türchen wahrscheinlich, wa? 12, 3, 11. Da haben wir sie. Die Elf. Wie schon erwähnt, flach. Und jetzt müssen wir auch noch hinkommen. Okay. Wir haben ein Gutschein drin. Von Luchest. Für ein... Wie mache ich das jetzt, dass ihr das nicht seht? Ja, es ist ein Gutschein. Ähm... Moment. Kriegen wir irgendwie hin? Machen wir mal so. Ähm... Wir haben einen Gutschein drin. Ich muss den Code zuhalten, weil ich werde das Gutschein einlösen. Für ein T-Shirt. Ähm... Im Wert von 14,95 Euro. Den wir bei Luchest bestellen können. Coole Sache. Wirklich coole Sache. Da bin ich begeistert von. Und ja, den werde ich natürlich nutzen. Und mir ein T-Shirt bestellen. Was für eins es ist, weiß ich auch nicht. Aber ich suche mal ein schönes raus. Ja, Freunde. Das war's. Wir haben einen Gutschein. Wir sehen uns morgen. Zum 12. Halbzeit. Äh... Da haben wir die Hälfte der Türchen offen. Und... Ja. Bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.